Die chronische Erfolglosigkeit des 1. FC Köln lässt den Druck auf Peter Stöger kontinuierlich wachsen. Heute geht es gegen Arsenal. In den deutschen Medien ist bereits von Krisensitzungen und einer Schonfrist für den Trainer die Rede. Der Köln-Coach bleibt aber ruhig. Es gibt aber auch Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Und das, was ich beeinflussen kann, das versuche ich umzusetzen und das ist mit meinen Leuten. Und da das so klar und trotzdem so kritisch als möglich zu bewerten und was man rausholen kann, wissen Sie, gegen gewisse Dinge hat man auch keinen Einfluss. Und ich verstehe das auch zum Teil, logischerweise. Wir haben zwei Punkte. Das ist ein Ergebnis, das ist ganz einfach schlecht. Also, dass dann Fragen kommen, dass Ideen kommen, dass Varianten kommen, dass Umfragen kommen, dass das eine oder andere hinterfragt. Also, das ist für mich schon ganz klar damit kann und muss ich auch leben. Also, da bin ich jetzt nicht persönlich gekränkt oder beleidigt. Das ist ja klar, das ist für uns alle zu wenig. Und ich kann mich davon leiten lassen, was im Rundherum passiert. Oder ich kann versuchen, weiterhin meine Verantwortung wahrzunehmen. Und meine Verantwortung ist dann einfach gegenüber dem Verein und vor allem auch gegenüber den Spielern, dieser Verantwortung gerecht zu werden, dass man versucht, das Beste rauszuholen. Und diesen Anspruch habe ich immer noch und der Aufgabe stelle ich mich auch. Heute Abend muss gegen die Gunners ein positives Ergebnis her. Sonst wird der Druck auf Stöger weiter steigen. Und auch die Fans werden dann nicht mehr so euphorisch agieren.